Einen wunderschönen vierten Adventssonntag, liebe Weihnachtskrippenfreunde, herzlich willkommen zum 19. Tag unseres Weihnachtskrippen-Adventkalenders und ich muss sagen, ich habe richtig viel Spaß schon mit dieser Krippe, die wird immer voller und es macht wirklich immer mehr Spaß, die einzurichten und da kommen auch Kindheitserinnerungen auf, wie ich damals mit meiner Oma die Krippe eingerichtet habe. Wirklich super und jetzt schauen wir mal, was im 19. Sackle drin ist. So und heute haben wir in unserem Sackle, vorsichtig, da haben wir das Kamel. Unser Kamel ist passend für die Gegend rund um Pädlehen und dieses Kamel ist reich beladen mit Gepäck und sehr sehr detailgetraubemalt. Da empfehlen wir immer auch besonders bei bemalten Krippenfiguren, dass sie die auch rechtzeitig vorbestellen, weil wir die dann sehr oft auch individuell für sie bemalen. Und ja, dieses Kamel nimmt jetzt neben der Krippe Platz und mit dabei war auch das Kameljunge, passend dazu. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie dann morgen wieder dabei sind. Du hast dich geschafft! Untertitelung des ZDF, 2020